hallo und herzlich willkommen zur neuen folge minecraft und diesmal mit der kaddi und wir haben erstmal hier dick nacht gerade und deswegen kommen hier andauernd fücher rein wir haben schon ein bisschen weiter gebaut in der letzten folge wie du gesehen hast wir haben jetzt hier schon mal kann ich habe das keine schon gesehen dass das baby von von dem unbekannten und coco chanel zwei hexen wir sollten in die stadt gehen und wir wollen eben noch neue ressourcen wir wollen also jede menge holz und glas haben hier gar nicht so viel doch stunden stimmt ja noch eine wüste nähe willst du dich um was willst du dich kümmern willst du dich darum kümmern die quasi den oberen stock zu machen oder den lama bereich ich weiß nicht was ihr geplant habt ich bin überhaupt nicht im bilder was er bauen wollte ja so als quasi der lama bereich braucht noch paddocks und halt stroh und sowas das hat also so standard standard sachen halt der obere bereich nicht okay der macht genau dann kannst du ein bisschen holz für die zäune außenrum für paddocks machen ja ich habe nämlich auch noch 31 zäune okay dann gucke ich dass ich den ich schaue mal gerade nur noch dass ich dem mit dem kartografer noch mal ein bisschen papier an den kopf werfen ist wenn ich gerade das das zuckerrohr ist wieder ready sollte man noch ein bisschen mehr anpflanzen das dauert zu lang wir haben ja recht große bäume ich finde die bäume hier sind erstaunlich groß an der hausse noch immer echt gut holz das stimmt ich nehme mal lieber die kleinen zum abbauen die sind angenehmer ja moment wenn man nicht sich nach oben bauen muss ist immer sehr angenehmer der mod ist einfach unheimlich angenehm wurde nur unten drauf haust und wenn man nicht man hat so schlecht auf dem server drauf das problem dass man vor allem nicht auf den snapshot da kannst du ja gar nichts drauf selbst ist für sowas echt ungeeignet gut ist ja eigentlich auch erst mal zum testen gedacht ganz genau aber generell mag es mal ganz gerne so ein paar sachen realistisch da bin ich übrigens auch mal gespannt ihr habt es vielleicht in unserem upload plan gesehen da ist für uns ein bisschen auf so ein spiel was dark and light heißt und in dem wird man auch nicht bauen können also momentan so ein bisschen zur weise fieber bin ich auch mal gespannt das soll ja early access auf die noch dieses jahr starten dieses jahr ist ja nicht mehr lange es sind ja nur noch zwei monate da sind wir gespannt und ich hoffe dass wir auch gespannt sein und übrigens an die leute die arg von mir gibt es auch ein wenig übrigens apropos die leute die arg vermissen und sowas morgen survival of the fittest das heißt wer hat mitmachen möchte morgen bitte da sein ansonsten war ziemlich öde die vor der stream weil alleine der beste zu sein ist irgendwie langweilig dann ende der stream direkt nach dem beginn alleine gewonnen also der stream wird 19 uhr anfangen und aber jeder der mitmachen möchte sollte dann halt dann auch in der nähe in der zeit an eintrudeln übrigens kate hat mir jemand gesagt dass er einem fachhaus wo fachwerkhaus wohne dass das hier aus wie wir das gemacht haben genau richtig ist dass es so stiftend gebaut wird aber wir haben nämlich außen überlegt ob wir diesen querbalken ob wir den drauf setzen quasi oder ob wir den ob wir die von unten gehen denn durchgehend machen ach so ne ne das sind immer die die seitlichen die die drauf liegen das sind die die durchgehen hat er gesagt hat mir das also richtig gemacht wir brauchen auf jeden fall brauchen wir gleich mal ein paar fenster damit nicht andauernd die zombies in der nacht ins haus reinlaufen als habe ich erst mal 67 zäune mal gucken wie ich damit komme okay wir wollen auch noch gleich noch ein bisschen licht hier unten drin das nicht nur hat nichts rein kommt dann auch hier drin export und können auch so ein paar querbalken noch rein machen weißt du wirklich wie ein fachwerkhaus ist so ein paar verstrebungen im haus drin sind wie ist das denn hier geplant soll die box wieder geteilt werden wo jetzt die drei zusammen sind ja wenn es ausgewachsen ist weil die wieder geteilt das war jetzt nur quasi für die zucht ah die lamas hauen ab ich musste ich muss nämlich ein loch in die wand hauen die lamas hauen ab damit ich überhaupt sehe wo ich den paddock ansetzen muss ich glaube hier ist gut lamas sind fluchttiere weiß ich gar nicht ob das wirklich sind naja doch schon sie kämpfen ja nicht ich meine reale lamas ja deswegen meine ich ja lama geht ja nicht in den angriffen lama haut ab jetzt sind nicht aggressiver blutdürstige lamas ok der paddock auf der ersten bei der ersten box wird immer entsprechend größer weil da ja dieser sehr hoi bereich angeschlossen was meinst du wie groß ich habe jetzt fünf zaun blöcke ich weiß wie groß das habe ich wollte aber eigentlich reichen denke ich so lange mal ein bisschen sand für glas das passt doch schon ich muss ein bisschen aber die fenster zu machen ansonsten kommen die lamas da durch weil ich wollte jetzt direkt die wand drauf machen ok ich gucke auch gleich dass ich gleich mit dem ersten glas ankomme hattest du dem kartograf war schon wieder was gegeben äh ne noch nicht ich hatte erst mal neues angepflanzt weil irgendwie einiges von den pflanzen komplett weg ist die ich hingestellt hatte warum auch immer vielleicht war ein creeper da soll ich die türen eins breit machen oder zwei nach draußen also da wird es werden ja keine türen denke ich mal ich denke mal ich hab die muss die zwei weit machen und dann kommen die lamas nicht durch da ist es nicht eben durch den einen block frei der eine erde weggerissen da kam sie sofort durch ok überlege was besser aussieht oder ist eine lange als gerade groß geworden oh nein ich habe es verpasst was war sein erstes wort ich wusste es oder so eine art das ist jetzt gerade übrigens rausgelaufen das kleine also es ist durch die eine lücke gekommen ok alles klar das ist halt die frage sie trotzdem sieht halt sehr eng aus du bist hier die paddock fachfrau das heißt da überlasse ich dir die würde es vielleicht zwei breit mal ist es sieht einfach schöner aus in dem fall hier gerade wie würdest du schreiben ähm rotz echt nein ja ich würde die folge so nennen dein erstes wort war gut ch mit doppelodern oder so ja ich glaube wir brauchen noch ein lama werterbuch ok die sagen andowend juju das weiß ich Ja, ich habe doch schon jetzt recht gut Dach gemacht. Okay, dann kann ich ja jetzt auch hier wieder die Box zumachen. Ups. Wieder teilen. Welcher von den beiden ist der kleine? Weißt du das? Nee, keine Ahnung. Nein, wir wissen nicht, welch das Baby, welcher die Mama ist. Der Papa. Coco Chanel ist die Mama. Ach so. Dann kommt er aber nach dem Papa. Ja. Er hat die stärkeren Gene. So, muss ich mal schauen, ob ich den Sand schon habe. Zwölf Glas. Ähm. So. So. 32 Scheiben habe ich schon mal. Verdammt. Ich habe keine Schaufel mehr. Jetzt ist die Frage, hier hinten geht es nicht auf. Ähm. Die letzte Box ist ja ein schmaler. Soll ich da dann nur einen schmalen Durchgang machen? Ja, kannst du da machen. Ich meine, die letzte Box ist doch auch keine Box. Das war doch. Ich wollte die letzten. Ach doch, nee. Ich meine, doch sollte eine Box sein. Ja, es sind ja auch, auch in den Stellen sind ja nicht unbedingt immer alle Glasengleich groß. Dann würde ich sagen, dann machen wir dafür den Paddock ein bisschen größer. Dann baue ich noch zwei Taunteile in die Richtung an, dass er noch einen Block größer ist, oder? Okay. Wenn die Box schon so klein ist. Nein, verdammt. Glas falsch zu setzen, ist immer schmerzhaft. Wenn man es dann zerschlagen muss. Verdammt, aber das reicht noch nicht, um uns hier abzusichern. Ich habe zu wenig Glas. Okay, gut. Damit hätte ich die Zäune schon mal und nicht mehr. Ich habe noch 20 Zäune über. Okay. Ja, schau ein bisschen. Hier haben wir jetzt schon so. Das ist schon unser Eingangsbereich, so in der Art. Muss ich nochmal zurück ins Dorf, weil ich kein Getreide mehr habe. Wo ist denn das Getreide hin? Ich glaube, das hatte ich in der Schmiede abgelegt. Ich guck mal gerade. Ansonsten ist ja auch genug gerade, was reif ist. Aber erst mal gucken. Ich gucke mal so eine Trennwand reinziehen. Ich gehöre schon wieder ins Skelett. Ja, es wird auch schon wieder Nacht. Nee, das Getreide ist weg. Es kann sein, dass ich was abgebaut hatte, weil ich was Brötchen gemacht hatte. Äh, nee, nee. Das war fertig abgebaut. Ach so. Da haben wir ja so den Eingangsbereich und dann ist schon mal, ist zumindest schon mal der Eingangsbereich hier etwas abgesichert. So, dann muss ich nochmal gucken. Lass mal nochmal einen Gang nach oben so ein bisschen absichern. Aber der wird ja sowieso nochmal versetzt werden. Das ist ja jetzt nur sporadisch. Wenn man den noch ein bisschen nach vorne zieht. Ich bräuchte mal ein paar Fackeln, dass wir hier die Felder mal beleuchten können. Ja. Dann wächst das ja auch über Nacht schneller. Ja. Nee, das kann man auf jeden Fall nochmal machen. Sieht doch aber schon. Uff, hat ein Zombie durchs Fenster gekommen. Nein! Au. Dann meine... Dafür esse ich jetzt sein Fleisch. So, ich hab den Zombie gegessen. Sehr gut. Ja, wie es aussieht, passt das doch schon mal ganz gut für die Lamas. Au. Wo ist denn in dem einen Pädorgel sein Skelett? Nicht, dass es sich an den Lamas vergreift. Nein, das wird es nicht tun. Gut, aber wir sind ja ganz gut vorangekommen. Auch wenn ja immer noch ein Fenster ist, wo die Zombies reinkommen können. Aber es wird doch schon ganz langsam. Und wir können uns gerne in die Kommentare schreiben, was ihr euch noch so wünschen würde, was wir hier noch so machen. Und dann bauen wir demnächst nämlich weiter an unsere Lama-Zucht hier. Und wenn wir dann soweit fertig sind, dann gehen wir auf Schatzsuche. Denn der Kartograf ist natürlich auch hier weiter dabei, dass wir ihn nach oben bringen vom Level her. Ja, dann verabschieden wir uns hier und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Also dann, tschüss. What the hell? Was denn? Das hat gerade bei dir so, so, so... Das hat sich angehört, als ob jemand laut Musik hören würde. Das warst du? Ja, ja, ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sag tschüss, Cardi. Achso, tschüss. Tschüss.